Er ist hier drüben. Wir mussten ihn isolieren. Er hat sich mit den anderen geprügelt. Hey, Donnie. Dein Vater war ein besonderer Mann. Ich kenn ihn nicht. Hat nichts mit mir zu tun. Tja, ich glaube, du kannst auch was Besonderes sein. Warum hast du angefangen zu boxen? Mein Dad war Boxer. Starb vor meiner Geburt. Ich kam ins Heim. Immer wieder Knast. Ich kämpf schon mein ganzes Leben. Ich hatte keine Wahl. Siehst du den Typ, der dich da anstarrt? Das ist dein härtester Gegner. Wer ist der Nächste? Ich glaube, das stimmt im Ring und das stimmt im Leben. Verlässt du mich jetzt auch? Weißt du, wie oft ich den Weltmeister im Schwergewicht hier hochschleppen musste, weil er nicht laufen konnte? Rippen gebrochen, Nase gebrochen, Augen zugeschwollen. Wovor hast du Angst? Davor, einen Namen anzunehmen und zu verlieren. Für alle ein Betrüger zu sein. Du bist noch in seinem Schatten gefangen. Jeden Move, den ich mache, jeden Punch, den ich austeile, alles wird man mit ihm vergleichen. Du bist Apollo Creed's Sohn, also benutzt den Namen. Er gehört dir. Der war nach nirgendwo. Er ist gegen niemanden angetreten. Du weißt nichts über mich. Du bist ein falscher Creed. Wenn du das machst, begibst du dich in einen Sturm. Was hast du? Hey, ich brauche Hilfe! Rocky ist krank. Wenn ich kaputt gehe, war's das. Alles, was ich hatte, ist vergangen. Und ich bin hier. Du heulst drum. Niemand ist für dich da. Ich bin für dich da. Jeden Tag. Ich stehe genau vor dir. So wie jeder andere Kampf. Wenn ich kämpfe, kämpfst du auch. Fühle alles, was dich je verletzt hat. All den Schmerz in deinem Inneren. Dann wird er wissen, was wir durchgemacht haben. Du gehörst hierher. Versuch, eins von den Viechern zu schnappen. Echt jetzt? Ja, echt. Die Hühner waren auch mal schneller. Haha.